Jo, meine Damen und Herren, hier immer noch im Dana-Burgfest, die Lena. Lena, mir gefällt das Dana-Burgfest. Super. Und sonst? Gut. Und sonst noch? Gut. Mit wem bist du da? Mit der Chrissi und der Sally und mit Pascal Weißer. Mit dem Pascal? Und der Pferdete Pascal? Nee, ist ganz okay. Ich kenne ihn nicht so. Und wie findest du den Büffel? Ich kenne ihn nicht. Den musst du mal kennenlernen. Ein Bombenfußballer in Rothalp. Ist unglaublich. Mach ich. Und Pascal Weißer. Ja, Pascal Weißer. Das ist also dein Favorit. Pascal Weißer. Nee, das ist ihr Favorit. Wie findest du die Musik? Ganz okay. Also du wartest noch nicht tanzen, oder? Nö, noch nicht. Ihr müsst noch in Stimmung kommen. Nee, ein bisschen in Stimmung. Woher kommt ihr? Da. Ausland habt ihr nicht weit hochgelaufen. Das war anstrengend, oder? Bisschen, ja. Aus der Kondition. Ajo, Handballer. Handball-Mess. Ja, und gerade tanzen. Ah, das noch beim KVW, bei der Elbe Dritsche. KVW, genau. Oh, sehr gut. Okay, noch deine Grüße. Grüße an den Pascal Weißer. Und den Büffel, oder so. Büffel, endlich bist du am Morgen gegrüßt. Genau.